so willkommen letztes video letzte instanz 41 video alles klar und legen wir direkt los betangle das dick zuerst hier rechts findet ihr den schatz und ein geheimnis das schöne an der instanz ist man jetzt direkt beim boss also euer erstes ziel sollte sein die dinger hier die säulen zu zerstören ihr reichte dass die spinne dann erstens von der decke fällt auf den rücken landet ihr mit ihr die möglichkeit danach sie anzutreifen und zum zweiten wenn ihr alle säulen kaputt gemacht habt fallen auch keine ätzen das macht den kampf natürlich dann doll lieb die verbleibenden wow jetzt wird sie aber sonnig geklärt und dann habt ihr den boss schon durch aber es gibt natürlich dann noch einen champion den aus dem sollten hier unten befindet sich dann auch noch ein schatz und dann vielen dank dass ihr euch diese ganzen videos hereinzieht lasst mir auf jeden fall wenn euch die gesamte videoserie gefallen hat wenn ihr tipps nehmen konntet oder vielleicht selber ein paar anregungen ein paar daumen nach oben da like das video abonniert mich jetzt denke ich mal noch für das spiel deutlich mehr videos raushauen speziell jetzt noch ein video über mein bild wie man man craftet wie man sich welche items erstellen kann unten in der beschreibung findet ihr natürlich den link zu der dropbox ordner wo ihr alle maps findet zu allen instanzen inklusive beschriftungen wo sich welcher boss befindet wo sich geheimnisse befinden und schätze und natürlich die schnellsten fangen alles klar dann wünsche ich noch erfolgreiches fahren so